Herzlich willkommen, Hagen. Schön, dass du dabei bist. Wir haben uns ja kennengelernt mal einer ganz interessanten Aufgabenstellung auch, sehr internationaler Setup. Vielleicht stellst du das auch noch kurz vor, hast uns damals vor eine gute Challenge gesetzt. Und da freut es mich extrem, dass du heute dabei bist und dein Fachwissen über Drupal mit uns teilst. Die Bühne ist deine, Hagen. Ja, super, gehen wir los. Ja, ich muss erst mal den Weiter-Clicker ausprobieren. Also Drupal, die beste Wahl, um Komplexität zu managen. Vielleicht erst mal, Drupal ist so ein bisschen in Richtung Entwickler. Entwickler sind faul, deswegen macht man alles gemeinsam und es gibt ein allgemeines Drupal Pitch Deck. Also so nach dem Motto, wenn man jetzt eine Agentur ist, dann muss man sich seine Folie nicht selber machen, sondern das gibt es hier unter CC License und man kann sich dann die 20 raussuchen, die man dann im Prinzip brauchen kann. Wenn ihr später die Präsentation hier aufrufen könnt, dann könnt ihr auf den Link klicken und seht das dann. Ich habe das auch benutzt. Und ich habe das, ich habe eine Menge rausgeschmissen. Und was ich eigentlich nur sagen wollte, es gibt verdammt viele Entwickler oder Entwicklerinnen, 46.000 plus, das sind Zahlen von 2018, 2019 oder so. Also es ist jetzt alles nicht super aktuell, aber es gibt einen Eindruck. Es gibt 1,3 Millionen User-Accounts auf Drupal.org und ich sage mal, Drupal ist halt recht groß und weltweit halt sehr verbreitet. In Deutschland eigenartigerweise nicht so, aber gut. Vielleicht so, ich habe auch überlegt, wen spreche ich an, weil Drupal gilt ja immer so als kompliziert und ich halte Drupal für extrem simpel. Alle, die gerne mit Lego spielen, werden auch gerne mit Drupal gerne spielen. Und also es arbeitet Hand in Hand erstmal mit den wichtigsten Marketing-Tools. So euer Lieblings-Marketing-Tool wird auch mit Drupal gehen. Das ist vielleicht erstmal so ganz wichtig. Und warum man Drupal noch lieben muss, man kann so wunderschöne Workflows bauen. Also wer darf wann was machen? Man kriegt also jede Bürokratie Schlenker, kriegt man abgebildet. Relativ einfach. Es gibt aus der Tüte also im Drupal Core gleich eine Mehrsprachen-Unterstützung. Das ist so zum Beispiel in der Schweiz ganz hilfreich, weil da eigentlich immer zwei, drei Sprachen sind. Und ansonsten halt bei internationalen Sites ist es sowieso extrem wichtig. Dann gibt es ja starke Sicherheitsfeatures. Also das Ganze ist auch ein bisschen organisiert, so ähnlich wie bei Contao. Wird jetzt gar nicht näher drauf eingehen, ist aber okay, die ganze Sicherheitsgeschichte. Es ist mittlerweile auch barrierefrei, was auch immer wichtiger wird. Und was eigentlich das Interessante ist, es gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Also man kann jetzt das Drupal ja so Standard haben, wie man das so kennt. Lamp-Stack, Frontend, Backend und gut. Dann kann man das als decoupled haben. Also das heißt, man benutzt die Datenbank von Drupal, das Backend von Drupal, aber das Frontend ist halt in irgendwas anderem geschrieben. Und man kann es komplett headless haben. Das heißt, man kriegt, also Drupal liefert irgendwelche JSON-Dateien und irgendwelche anderen Frontends holen die sich zusammen. Also es geht auch so ein bisschen in diese Richtung Activity-Pub und was der Matthias da schon gesagt hatte. Ja, ich will da auch nur schnell durch, durch die Beispielsites, weil das sind immer große Firmen. Und fangen wir hier vielleicht mal an. Es ist keine große Firma, aber das ist der Fußballverein Arsenal. Ich weiß nicht, falls ihr den kennt. Und die haben Drupal genommen, weil die wollten eine Community bauen und dieser Community viel verkaufen. Das hat gut geklappt. Und dann gibt es hier zum Beispiel New South Wales in Australien, also so eine ganz normale Behörde, die halt alle möglichen Dienstleistungen hat, von Geburtsurkunden bis zur Fahrzeugzulassung. Das klappt ganz gut. Und dann gibt es die NASA, die auch Drupal benutzt. Und die NASA benutzt es eigentlich aus dem Grund, es sind, es war eine dramatische Kostenreduzierung, also diese ganzen Plattformen über Drupal laufen zu lassen. Dann vielleicht kennt das jemand von euch, Al Jazeera, war früher ein bisschen aktueller. Heute ist es, glaube ich, in Deutschland nicht mehr so oft. Also jedenfalls ein Ding, was sehr, sehr viele Zugriffe in der Sekunde hat. Und was insofern ganz interessant ist mit der Performance von Drupal, also wie schnell man das bauen kann. Dann gibt es so Sachen wie Tourismusseiten. Also das ist jetzt hier ein Beispiel von Kroatien. Es gibt auch noch mehrere andere. Und im Prinzip geht es immer in so Richtung Community, wiederkommen, also so ein bisschen Experience machen. Dann, was in letzter Zeit sehr oft ist, ist sowas wie DHL, also irgendeine Firma, die, ja, was hat, was einfach mal funktionieren muss, so Paketverfolgung oder irgendwas in 120 Sprachen oder in 150 Ländern. Also Pfizer macht das beispielsweise auch komplett mit Drupal. Und das war es eigentlich schon. Also nur um so einen Eindruck zu kriegen. Und Drupal ist so eher im Enterprise-Bereich beliebt mittlerweile, ist aber eigentlich nur ein normales Content-Management-System auf dem Lampstick. Gibt es seit 20 Jahren, ist unter GPL. Und ich sage mal, ist so ein gut abgehangenes Stück Software, wo man irgendwie alles daraus bauen kann. Naja, und aus was besteht Drupal? Da gibt es erstmal den Drupal Core. Also das ist diese Grundinstallation. Die gibt es, ich habe es noch nicht probiert, aber das soll bei Ionos mit One-Click funktionieren. Also ich hoffe mal, das funktioniert. Und dann gibt es den Contribution-Bereich und da gibt es Module, Themes, Sprachen und Distribution. Das ist ein bisschen anders wie bei WordPress, weil bei WordPress ist ja oft so, dass Firmen oder Agenturen Module schreiben und die dann verkaufen oder lizenzieren. Bei Drupal ist das meistens nicht so. Also Drupal ist meist so, na so wie bei Linux. Es gibt ein Modul, das kann ein Ding richtig gut. Zum Beispiel, was der Leo vorhin hatte mit den Pfadnamen. Da gibt es dann halt ein Modul, das heißt Path. Und wenn man es automatisch haben will, gibt es halt in Auto-Path. Und dann kann man da also gleich tausende von Inhalten anpassen. Und Drupal ist da so ein bisschen mehr organisiert wie Linux. So, dann gibt es Distributionen. Vielleicht kann man schon Fragezeichen, was ist das? Also das sind Installationsprofile. Und beispielsweise in Deutschland gibt es die Firma Burda, also diesen Medienkonzern Burda. Die haben eine eigene Drupal-Installation, eigenes Drupal-Installationsprofil, heißt Thunder. Und da kriegt man im Prinzip eine Zeitung aus der Tüte. Und solche Seiten wie meinschönergarten.de oder hallohund.de, ich weiß nicht, ob es noch gibt, aber also ganz viele sind mit diesem Thunder.org gemacht. Naja, und dann gibt es noch eine Distribution, die heißt, also es gibt nur als Beispiel Open Social oder hier Drupal Commerce ist halt ein Shop oder Headless, Decoupled. Da gibt es das Contentor. Und Contentor ist so ein Ding, wo Drupal praktisch als Datenbank benutzt wird. Und das Frontend ist dann eben komplett in JavaScript. Und da gibt es eben eine Version in React und in Angular und Elm. Und also jede Sau, die durchs Dorf getrieben wird, ist da eigentlich vertreten. So, dann gibt es, ja, dann gibt es das Drupal Event Startup. Also muss ich vielleicht dazu sagen, ich war letzte Woche auf dem IONOS Cloud Event und wollte mir das mal angucken, wie das hier so geht. Und außerdem wusste ich auch noch nicht, was ich hier präsentieren sollte. Und ich wollte das ja ganz einfach machen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe eine Idee für diese Session. Also während ich dieses IONOS Cloud Event angeguckt habe, am 29.04. habe ich diese Website gebaut. Und also inklusive Installation nur mit Drupal Core hat ungefähr zwei Stunden gedauert. Und dazu brauchte man keinerlei Programmierung. Also komplett No-Code. Man muss keinen Code anfassen. Also das jetzt auch nur mal so bewusst, dass man mit Drupal auch Dinge machen kann, die wirklich total simpel sind und die hinterher funktionieren. Und jetzt habe ich hier gedrückt. So. Und das, womit es immer startet, sind Inhaltstypen. Das hatte der Matthias vorhin schon mal bei WordPress und er hat das da als Code-Schnipsel angelegt. Bei Drupal kann ich das hier in der UI im Browser, kann ich mir sowas festlegen. Also ich kann zum Beispiel hier in dem Fall, wenn ich jetzt diese Event-Geschichte nachbauen will, dann brauche ich halt ein Event. Ich brauche eine Session, ich brauche einen Speaker. Und bei dem Cloud Event gab es noch ein Forum. Also brauche ich noch ein Forum. Und dann kann ich da auf das Plus klicken, lege mir den Inhaltstyp an und gut. Und dann muss ich für die einzelnen Inhaltstypen, muss ich mir Felder hinzu, also so relevante Felder, die ich halt brauche. Also bei so einer Session zum Beispiel, wo sind die Slides oder wer ist hier der Speaker? Wann fängt die an? Wo ist das Video? Und Drupal Core kommt halt so, ich weiß es nicht genau, mit 20 Feldern, 20, 25 Feldern, die, ich sage mal, eigentlich alles abdecken, was man so braucht. Alles, was man mehr braucht, gibt es dann in den Zusatzmodulen. Also die Extensions heißen bei Drupal Module und es gibt 46.000 Module und man kann davon ausgehen, dass das dabei ist, was man braucht. Also es ist extrem selten, dass man mal irgendwas, irgendwas nicht findet. Und außer den Inhaltstypen muss man natürlich Zugriffsberechtigung haben. Das heißt, man muss hier Rollen anlegen. Und da ich das jetzt simpel halten wollte mit der Events-Seite, habe ich gedacht, okay, es gibt Gäste, das sind die Anonymen, es gibt die registrierten User, es gibt die Speaker und es gibt die Administratoren. Und die Speaker könnten dann vielleicht gleich ihre Slides selber anlegen oder ihr Bildchen da hochladen und sowas. Das kann man in den Berechtigungen alles entsprechend einstellen. Das ist, ich sage mal, so ähnlich krass wie bei Contao. Die Liste kann man also auch beliebig lang machen, was man da einstellen kann. Es ist aber eher mengenorientiert. Also ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von Contao. Das, was ich eben gesehen habe, war, dass das so auf was Einzelnes geht. Das geht in Drupal auch mit Zusatzmodulen, aber eigentlich geht es immer mehr so um Mengen. Also Speaker dürfen auf ihre eigenen Sachen zugreifen oder sowas. Ja, und jetzt habe ich mir einfach so ein paar Regeln ausgedacht, wie man so eine Event-Plattform baut. Also es gibt eine Session, die gehört zu End-Speakern. So ein Speaker, der trifft vielleicht auf mehreren Events auf und dann kann es natürlich beliebige, also beliebig viele Events geben und dann muss es noch ein Forum geben und pro Event ein Forum. Und ein User kann dann kostenlos in Events besuchen und Speaker müssen dann aus, damit das einfach schneller geht, Session und Profil selber pflegen. Und für die Session-Videos, dann baut man da so eine kleine Mediathek. Das Ganze soll eskalierbar sein, also nehmen wir Drupal, weil das klicke ich ja jetzt zusammen zwei Stunden, habe dann aber hinterher einen funktionsfähigen Prototyp, den man immer extrem einfach in irgendwelchen Meetings dann zeigen kann. Und ja, dann braucht man natürlich auch einen Chat und da ist Drupal jetzt nicht so toll, weil es halt PHP und ist alt. Da würde ich eben Matrix nehmen. Das ist im Moment, sage ich mal so, das angesagte Tool. Und als Videokonferenz-Tool habe ich zum Zeitpunkt, als ich die Session gemacht habe, noch Jitsi favorisiert, nachdem ich aber im Hintergrund dieses ganze Wooling hier mit den Streams gesehen habe, das ist einfach genial. Also das könnte man total einfach in Drupal einbinden. Und das, also da finde ich diese Plattform, die Jonas hier macht, richtig gut. Jo, das sind so die Regeln. Und jetzt habe ich gedacht, baum mal, damit ihr das nachvollziehen könnt. Die Seite ist auch live, also unter Events, Koko.at.com, ist jetzt auch tatsächlich das Ergebnis dieser zwei Stunden, wo man drauf gehen kann. Und auf der Startseite stehen dann halt diese beiden Events. Also einmal dieses K-Text bei Jonas, was jetzt heute eben ist, und dieses Cloud-Up von letzter Woche. Und da gibt es halt so ein Bildchen und ein bisschen Text und ein paar Texts. Also ja, wie bei WordPress gibt es ja auch Kategorien und Text. Und wenn man dann da drauf klickt, auf das einzelne Event, dann kriegt man halt dieses Bildchen von dem Event wieder angezeigt und die Beschreibung. Und da drunter sind dann die Speaker. Und in Drupal gibt es ein Develop-Modul, was ganz praktisch ist. Da kann man sich Testdaten generieren. Also da kann man sagen, mach mal zehn Speaker, mach mal fünf Events und mach mal 120 Forums-Einträge. Also das kann man dann auch sehen, wenn ihr auf die Seite geht. In dem Fall wäre das dann Events Coco8 Slash Note 3. Und dann kann man natürlich auch einen einzelnen Speaker haben. Und dieser einzelne Speaker, der hängt jetzt wieder an Events. Und das sollte natürlich auch unten drunter so angezeigt werden als Link, so dass sich dieses Ding dann so hin und her klicken lässt. Also das heißt, wenn ich auf das Event gehe, dann sehe ich die Speaker und die Sessions. Gehe ich auf die Session, sehe ich den Speaker. Und je nachdem, wer jetzt da Berechtigung hat, kann der da auch was bearbeiten. Und es gibt natürlich auch alle Speaker. Und da fangen dann natürlich schon an, also kann man sich schon Gedanken über Geschäftsmodelle machen. Weil heute gehen ja Geschäftsmodelle meistens über Berechtigung. Also wer darf sich wo eintragen und solche Dinge. Und das könnte man jetzt hier natürlich beliebig verkomplizieren. Also man könnte das nach Beliebtheit, nach Event, nach irgendwas filtern. Daraus könnte man dann einen Speaker-Pool irgendwie bauen. Und da könnte man natürlich ein Geschäftsmodell einklinken. Das Ganze unter Slash Speakers muss man da irgendwie noch einen schicken Namen finden. Okay. So, dann gibt es alle Sessions. Die Sessions könnte man jetzt natürlich auch irgendwie nett darstellen und alles miteinander verlinken. Das Ganze, und da wird ja wahrscheinlich dann der Auftraggeber gleich wach, könnte man natürlich ergänzen um Services und Produkte. Also da hatte ich jetzt so ein Beispiel bei dem Cloud-Event. Jetzt habe ich vergessen, wie es heißt. Es gibt, glaube ich, Cloud Cubes bei Jonas. Und das hat der Mann da so nebenbei erwähnt, in so einer Präsentation. Da habe ich gedacht, um Gottes Willen, was ist das denn? Habe das gegoogelt, habe natürlich nichts gefunden. Das heißt, man kann dann in diesen Tags im Prinzip das Produkt auch noch erklären und so. Na gut. Dann kann man in Drupal alles loggen. Also wirklich alles loggen. Und das kann man natürlich auch auswerten. Also ich sage mal, je nach dem, je nach Paranoiditätsgrad oder je nach DSGVO kann man da Dinge tun. Und das ist einfach mal praktisch. Und dann kann man, damit das alles auch schick aussieht und damit man das auch so Netflix-Style machen kann, weil das ist ja mit PHP ein bisschen doof, kann man das natürlich auch mit JavaScript machen und kann eine JSON-Ausgabe machen. Also alles, was man jetzt da in Drupal irgendwie verbaut, kann man auch als JSON ausgeben. Und es gibt in Drupal das Views-Modul. Also ich bin jetzt schon ganz doll alt und ich musste früher Microsoft Access benutzen. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Und dieses Views-Modul ist so ein bisschen wie der Report-Generator in Microsoft Access, da kann man sich so Dinge zusammenklicken. Und diese JSON-Liste, die ist jetzt auch aus dem Views-Modul. Und das kann man sich auch ansehen. Also darunter steht auch die URL. Und darauf kann man ganz gut Apps, also Smartphone-Apps wiederum aufbauen. Also das heißt iOS oder Android. Und kann dann Google praktisch als Datenbank dahinter, äh nicht Google, kann dann Drupal als Datenbank dahinter nehmen. Also da kann man natürlich auch irgendwas anderes nehmen. Aber wenn man die Drupal-Daten schon hat, dann schreit das natürlich förmlich danach, irgendwie dann auch zu benutzen. Jetzt habe ich hier wieder. So. Und ja, und dann ist es natürlich so, okay, jetzt haben wir eine Idee. Jetzt haben wir zwei Stunden gebastelt. Macht ja dann auch Spaß. Und dann trinkt man mal was und isst eine Pizza und überlegt sich, was man alles machen könnte. Und als erstes braucht man so eine Dev-Site und eine Live-Site, dass man während die Leute im Meeting sich da unterhalten und noch irgendwie Ideen haben, was man da machen kann, dass man das gleich einbauen kann und dass man das synchronisieren kann. Weil Drupal hat, sag ich mal, eine atemberaubende Versionskontrolle im Konfigurationsmanagement. Also das heißt, es ist möglich, zwei Seiten 100% synchron zu halten. Also wenn ich jetzt beispielsweise einen Website-Namen habe, dann steht der ja nicht als Datei da, sondern der ist ja irgendwo in der Datenbank. Und das ist ein echtes Problem in WordPress, in Joomla, in Drupal. Wie kriege ich diese Konfigurationen aus der Datenbank synchron zu anderen Seiten? Und deswegen gibt es ja den einen Ansatz, dass man versucht, alles in Code auszulagern, was natürlich toll ist für Developer, was auch geht in Drupal, alles kein Thema. Aber es gibt ja auch Menschen wie BWLer und Marketing, die jetzt mit Code nicht ganz so draufstehen. Also das ist so wie die Leute, die früher immer gedacht haben, sie können den Computer aussitzen. Das sind ja die, die heute denken, sie können das Programmieren aussitzen. Und Drupal ist da aber Kumpel und bietet halt praktisch diese No-Code-Umgebung. Und man kann das eben, ja, auch in der UI kann man das synchronisieren. Ja, dann müsste man das Ganze noch ein bisschen verbessern. Das heißt, müssen wir mal bei Jonas fragen, was sie alles für coole Hardware haben, damit Drupal auch richtig schnell wird. Und der Matthias, der hat ja vorhin schon das Activity-Pub vorgestellt. Und ich bin auch großer Fan vom Fediverse und Indie-Web. Ich betreibe auch einen Mastodon-Server, also so privat. Und ja, dann könnte man, während man so überlegt, was man so tut, könnte man schon Test-Events laufen lassen. Weil unsere Website läuft ja schon, ist ja kein Problem. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch User kriegen, aber die kommen ja von alleine, wenn was Interessantes da ist. Und dann müssen wir gleich mal gucken, was die User so machen und so denken. Und dann kann man da gleich vielleicht Mitarbeiter draus rekrutieren. Und wenn man dann so langsam da aus einer Webseite dann praktisch so ein Start-up macht, dann kann man natürlich auch 20 Prozent der Mitarbeiter freistellen für die Drupal-Entwicklung, damit es eben mehr schöne Module gibt, die dann jeder benutzen darf. Ja, und da ja die Mehrsprachigkeit schon eingebaut ist, müssen wir die im Prinzip nur noch ausrollen und können dann huckti-zuckti launchen in DE-IT, also Italien und Frankreich. Also man sieht, das ist schon ganz interessant. Und man kann in zwei Stunden eine Welt voller digitaler Erlebnisse bauen. Und das habe ich jetzt gehofft, in 20 Minuten mal hinzukriegen. Also, dass Drupal eigentlich wirklich simpel ist. Mit Installation, mit allem drum und dran, einmal diese Live-Seite in zwei Stunden gebaut. Und mein Vorschlag für ein nächstes Event hier bei Jonas, wir sollten vielleicht mal Drupal ein bisschen näher zeigen. Ja, und da bin ich durch. Sehr, sehr cool. Sehr cool. Hagen, vielen Dank. Du hast ja optimal vorbereitet, schon die nächsten Schritte. Lass uns im Anschluss mal drüber sprechen. Aber eine Frage müssen wir dir auch stellen. Und es geht nochmal in einer Frage aus dem Publikum auch um die DSGVO. Wie steht es denn um DSGVO und auch in den USA die CCPA Compliance? Da hat auch einer der Gäste schon auf deiner Cocoa-8-Webseite nachgeschaut und keine Hinweise auch zu Cookie, Consent Layer etc. gefunden. Kannst du da was dazu sagen? Also die Cocoa-8-Webseite ist in HTML erstellt, weil das sind halt fünf Seiten. Und ich bin auch ein großer Verfechter. Wie soll ich mal sagen? Je einfacher, desto gut. Und ich würde jetzt also nie freiwillig Drupal machen, wenn es auch wirklich um viel Content geht. Das mal so vorweggeschickt. Also es geht ja um Content Management. Das heißt, wenn ich tausende von Seiten habe, dann muss ich mir Gedanken drum machen, wie ich das verwalte. Und in Hinsicht auf DSGVO kommt es ja jetzt auf, ich sage jetzt mal, viele Kleinigkeiten an, also mit den Cookies und sowas. Und der Core ist auf jeden Fall, sage ich mal, DSGVO-kompatibel. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Ansätze in unterschiedlichen europäischen Ländern, wie das die Rechtsprechung dann sieht. Und ich kann es jetzt einfach nicht wirklich sagen, wie das jetzt in Deutschland aussieht. Also solange man nichts verkauft, ist es auf jeden Fall einfach. Wenn man was verkauft, wird es komplizierter. So ähnlich wie bei WordPress mit dieser Germanized WooCommerce-Geschichte. Also es geht, also es gibt große Seiten in Deutschland, wo man das machen kann, aber habe ich jetzt keine Details. Okay. Super. Mensch Hagen, da hast du uns ja gleich mal was vorgemacht, wie man in zwei Stunden das hier alles aufsetzt. Also Challenge. Fantastisch. Ja, das ist auch wirklich interessant. Es war für mich auch interessant gewesen mit WordPress und Contao und so. Absolut spannend. Jetzt sage ich dir mal, wie das geht hier. Ganz toll. Großartig. So, dann ein bisschen Blick auf die Zeit. Genau, Hagen, dann sehen wir dich auch gleich später. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.